Mr. Facken Jetzt geht's los Jetzt muss ich mich konzentrieren hier Dass ich das Möglichst schmerzfrei hier überstehe Die Scheiße Ah Mist Hat er die schon wieder Mann, so treffen die mich dann immer Verdammt nochmal Ah, immer trifft mich einer Oh, schon wieder Meine Fresse hier Habe ich die Bombe auch noch erwischt Ey, ich bin schon wieder richtig im Arsch Das geht doch nicht mehr hier Kann doch alles nicht sein Ah Oh, ich Alter, jetzt ist es aber echt hier mal gut, ne? Ich hab schon Alter Ich bin hier gleich schon im ersten Rund mit kaputt Oh Bringt nix Bringt nix Ich muss kommen Ich lass mich kaputt hauen Das bringt ja nix so Mit zu wenig Energie Komm weg Bäm Aufs Maul hier Ja, bringt nix mit zu wenig Energie Da brauch ich nicht weiterspielen Wer will noch ausrasten? Mist, ey Let's get ready To tango So, jetzt nochmal Kann alles nicht sein Was ist das denn hier? Geht's ihm gut? Und Ringrichter Wie ging die Runde ihrer Meinung nach aus? Ah, einer hat Oh Das gibt mir hier ne Ecke Bisschen zu viel Verdammt nochmal Ah Mist Oh nein Auch das noch Scheiße Zweimal diesen verkackten Zaun reingelegt Die Wand Nicht gut sowas Ah Das gibt's doch nicht Shit Oh Mann, ey Kann doch nicht sein, dass ich schon die Hälfte meiner Energie immer wegkriebe Das ist doch scheiße Oh, ich blödkopp, Mann Oh, Leute War wieder Ja Die Runde hat er wohl gewonnen War auch wieder sehr blöde von mir Scheiße Das kann doch alles nicht sein, ey Komm, ich lass mich schlagen Ey, das bringt doch nichts mit so wenig Boah, das kann doch nicht sein, ey Dass ich das jetzt nicht packe Heute, Gotham, hab ich deinen geliebten dunklen Ritterbiss Regt mich leicht auf Das mit Joker runterziehen, das ist ja, das ist ja easy Bloß hier am Anfang die ganzen Banausen platz zu machen Das ist doch übel Jawohl, auch das noch Der Junge wieder durchdrückt Ich glaube, ich weiche mal ein bisschen ab und zu mal aus hier Wenn es zu viele auf einen Haufen werden Das glaube ich besser Ja, ja, shit Lass nicht tun, dass er dich schlägt Das wird weh Mal ein bisschen immer hier abhauen Ah, Mann, das geht aber auch nicht gut Lass mich tun, dass er dich schlägt, du Idioten Lass mich das mit händen So meine Güte Alles okay, Kumpel? Komm schon So, noch kurz die Bombe hier Weg machen Und dann können wir So Wir haben schon Wieder ziemlich viel Energie verloren Das ist echt freundlich Es ist einfach freundlich So, jetzt muss ich mal schnell hingegangen Bekommen wir jetzt Energie dazu? Obwohl wir noch so viel haben Es wäre perfekt, jedenfalls Ah, Mist Nein Ich habe wieder Energie dazugekommen Das ist gut Aber er hat mich zweimal getroffen Das ist schlecht Bis jetzt noch eine gute Ausgangsposition Ich muss jetzt bloß am Ball bleiben Ich habe wieder Es ist bloß am Ball bleiben Ah, Mann! Scheiße, ich pack's einfach nicht damit ausweichen. Immer noch zwei Vanessa. Messer bei Nausen, ja. Scheiße, ich hab doch gedrückt. Abwehr, das gibt's doch nicht. Nein! Bombe! Oh nein! Schade. Nicht voller Wischung. Komm jetzt aber, ja. Wenn auch die einen rumüberleben, wird hart. Mit zu wenig Energie. Besonders, weil da noch diese... ...scheiß... ...reudige Pistolenman da kommt. Wenn er mich jetzt trifft, ist das auch nicht so gut. Oh Mann, jetzt wird's kritisch, ey. Komm schon, Leute. Oh, was war das denn jetzt? Scheiße, nicht gut. Nicht gut! Oh nein! Wo ist der... Oh, dieser Wichser mit der Waffe. Komm schon, schnell. Ha 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 ha! Ist da noch einer? Da ist noch einer. Komm schon, jetzt weg mit ihm. Ja, Mann. Was? Wieso ging das jetzt nicht? Scheiße. Hat irgendwas verkehrt gemacht. Oh nein. Fuck, warum? Jetzt sind es nur vier Stück, geht ja noch. Oh, ich darf jetzt keinen Scheiß machen, es ist so eng. Es ist so eng, Leute. Lass mit ihm verletzen! 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 Scheiße! Komm. Das macht keinen Scheiß, Digga. Kommt der eine da. Der noch, der noch. Nein! Oh, daneben geschossen! Ach, er hat ja nicht den Rücken zu mir deswegen. Ja, stimmt. Verdammt. Ach, macht das noch. Nein! Was mach ich denn? Jetzt aber, der letzte. Finale. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann hab ich's! Ja, Mann! Ich kann's vertragen! Ich kann alles einstecken, was du austeilst! Bats! Du kannst mich nicht besiegen! Ich werde gewinnen! Bereit zur nächsten Runde? Immer! Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen! Niemals! Das war ja mal ein dickes Ding in der face! Boah! Dad! Gott sei Dank, ich war so besorgt! Ich überlebe's! Wir sehen uns heut Nacht, Barbara! Blöde Sache, das mit deinem Auto! Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim! Ich komm alleine, klar! Ruhe dich aus! Du verdienst es! Sei vorsichtig, Jim! Ja, Leute! Geile Sache, ey! Wir haben's endlich gepackt! Das Finale war echt explosiv! Im wahrsten Sinne des Wortes! Ah, das war geil! Wir haben jetzt nach... Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht hab, also um komplett Batman Arkham Asylum durchzuspielen oder das komplett zu spielen. Der erste Part ist ja schon vor, weiß ich nicht, vier, fünf... Ja, vor fünf Monaten vielleicht sogar... Ja, vor fünf Monaten ungefähr, oder vor vier Monaten, habe ich den ersten Part schon hochgeladen. Und jetzt haben wir's tatsächlich beendet, Leute! Geile Sache! Das Ende war nochmal richtig knifflig, aber auch richtig geil! Ah, hammerhart! Mal schauen, ob ich dann... Die Action geht ja dann weiter mit dem zweiten Teil im Arkham... Batman Arkham City! Der soll ja nicht mehr ganz so gut sein, aber natürlich auch noch gut! Aber nicht mehr so gut wie der erste! Mal sehen, ob ich den dann auch noch spiele! Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe bei mir auf meinem Kanal mit Batman! Erstmal genug! Hat ja auch lang genug gedauert! Ich werd ihm jetzt erstmal Zeit lassen, ein bisschen von Batman erholen, sag ich mal! Ich hab auch vor kurzem erst vor... Das ist erst jetzt zwei Wochen her, da hab ich mir überhaupt mal die ganzen Batman-Filme an... Also die letzten hier... Batman... Wie hießen die denn alle? Batman Begins... Batman, ähm... Dark Knight... Und Dark Knight Rises, glaub ich! Hab ich mir erstmal alle drei ineinander reingepfiffen! Die waren auch richtig gut! Und ja... Hab ich wieder Bock gekriegt! Hab ich hier Batman zu Ende gespielt! Echt geile Sache, Leute! Ja... Würde ich sagen... War's das hier? Tatsächlich... Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt sind! Ich glaube, 44 Parts insgesamt! Und ja, würde ich sagen... Verabschiede ich mich hier! Ich lass die Credits noch durchlaufen, wie immer! So üblich! Ja, verabschiede ich mich hier von Batman Arkham Asylum! Also, macht's gut! Bis dann! Ciao! Wis ich! 3 Trition wenn weil man im Gaddaal bin!!! Ja, tritt inferred não ziella die über, fenennen wir mal Liu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020